Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich Willkommen bei Geld und Wirtschaft. Heute mit dem Special zum Thema Kryptowährungsinvestments. Wir haben drei Investments getestet. Einmal das Thema Mining bei Infinity Hash. Das ist ein Community-Projekt, bei dem ihr quasi Teil eines Mining-Unternehmens werdet und damit eure Erträge durch Bitcoin-Mining verdient. Das andere ist das Unternehmen Nexo. Da werden Kredite in Kryptowährungen verliehen und für die Liquidität bietet ihr quasi eure Kryptowährungen abgesichert an. Und hierfür zahlt Nexo eben Zinsen, wenn ihr eure Bitcoin oder euer Ethereum dort ablegt. Dann haben wir noch als drittes Investment, was wir neu getestet haben, das Thema Bitopex. Das ist eine Options-Trading-Plattform im Kryptowährungsbereich. Dort gibt es eine ziemlich coole Strategie, die als Copy-Trading zur Verfügung steht. Und ich habe die empfohlen bekommen und wir haben das getestet. Jetzt haben wir da ungefähr zwei Monate Testergebnis und jetzt sprechen wir über die Ergebnisse. Und alle Links zu den Anbietern findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Entscheidend ist, ihr müsst selber überlegen, wenn ihr in sowas reingeht, wollt ihr dieses Risiko eingehen? Ganz klar, not your key, not your coin. Wenn ihr in irgendein Unternehmen investiert, habt ihr immer das Risiko, dass ihr eure Kryptowährung dort verlieren könnt. Das heißt, ihr müsst immer die Renditeerwartung abwägen zu den möglichen Risiken. Wir starten direkt mit Infinity Hash. Was ist da das Update? Ihr seht auch schon, auf Kryptomagazin wird es immer aktualisiert. Ihr seht hier quasi schon eine sehr lange Historie. Wir haben das Experiment am 03.06.2023 gestartet und jetzt heute am 07.10.2024 das neueste Update gemacht. Wir haben damals die Token, die Infinity Hash Anteile, die IHS Shares, haben wir damals für relativ wenig bekommen. Es gab auch immer wieder Nachkäufe zu sehen hier in der Historie. Hier wurde nochmal mit 850 Dollar aufgestockt. Entscheidend ist die Wertentwicklung der Gesamtinvestition und die ist ziemlich gut. Gegen Bitcoin gesehen haben wir ziemlich outperformed. Wir haben hier im Augenblick einen Wert von 416 Prozent laut dieser Analyse. Wir haben im Vergleich dazu, hätten wir das Geld in Bitcoin investiert, hätten wir einen Wert von 1.144 Dollar. Und den aktuellen Wert unseres Anteils, nenne ich es jetzt mal, liegt bei 5.622 Dollar. Wichtig ist aber zu verstehen, ich zeige kurz den Account hier, Total Balance in Bitcoin und in IHS. Wichtig ist zu verstehen, dass wir in diesem Fall erst dann natürlich diesen Wert bekommen, wenn wir entsprechend unsere Anteile wieder verkaufen. Das heißt, würden wir jetzt dieses Geld haben wollen, diese 5.622 in unseren Wallets wieder, dann müssten wir auf dem Marketplace entsprechend diesen Coin wieder verkaufen. Das heißt, es muss jemand uns erst mal den geben und die Plattform nimmt im Augenblick 20 Prozent Fee für das Verkaufen. Das heißt, das werde ich nicht machen. Wir werden die Infinity Hash Shares weiter halten, bald wenn die sogenannten XIHS, also die Coins, die gedeckten Coins durch die Shares, dazu mache ich mal ein extra Video, wie die genau funktionieren. Wenn die quasi auch noch da sind, da haben wir auch noch welche gekauft für 1.000 Dollar, dann sieht unsere Balance noch ein bisschen anders aus. Aber dieses Projekt entwickelt sich ganz gut. Man sieht auch jetzt, die Mining Rewards haben sich deutlich erhöht, was dazu führt, dass der Share Price zumindest hier auf der Plattform gestiegen ist. Auf der Exchange, wo die XIHS gehandelt werden, also quasi die äquivalenten Anteile, da ist der Preis noch deutlich geringer. Das heißt, wer hier so einsteigen will, macht zurzeit mehr Sinn, auf der Börse zu kaufen, als direkt beim Anbieter. Also Shares von anderen Leuten abzukaufen ist zurzeit günstiger. Wie gesagt, letztendlich kann man die Shares aber noch nicht hin übertragen auf die Plattform, um sie dort auch wieder umzuwandeln. Das kommt aber in den nächsten Wochen, zumindest wurde das vom Unternehmen gesagt. Also Investment in Fidihash sieht noch ganz gut aus, weil eben ich sehr früh dabei war, muss man dazu sagen, und ich die Shares nicht verkauft habe. Ich habe einfach immer reinvestiert. Und so muss ich sagen, ist es bis jetzt ein ganz gutes Ergebnis. Aber wie gesagt, am Ende wird die Geschichte geschrieben. Was am Ende herauskommt, wäre dann, wenn ich die Shares wirklich verkaufe. Was bleibt dann übrig? Als nächstes kommt unser Experiment mit Nexo. Das ist ziemlich trivial. Man hat am 7.2. damals die Bitcoin eingezahlt. Das heißt jetzt ungefähr vor einem Dreivierteljahr 0,02459404 Bitcoin. Und daraus wurden jetzt mittlerweile 0,02555554 Bitcoin. Also eine ziemlich laufende Rendite. Man sieht es auch relativ schön hier. Es kommen jeden Tag ungefähr 17, 16, 17 Cent Rendite. Jeden einzelnen Tag. Und zwar hier in dieses Dashboard. Ich habe extra, wie gesagt, diesen Account, damit wir das hier testen können. Ihr seht hier einfach die aktuelle Balance. Bis zu 7% Rendite gibt es aber nur. Also 7%, wenn man auch Nexo Token hält. Die muss man anteilig am Wert halten. Ich habe diese Bitcoin hier fix angelegt. Wenn man die jetzt flexibel anlegt, also jeden Tag wieder rausziehen kann, dann kriegt man auch nochmal ein bisschen weniger. Aber ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Nexo hat sich auch über die letzten Krisen als sicher erwiesen. Heißt aber nicht, dass es nicht in der Zukunft noch Probleme geben könnte. Das heißt hier, wegen 6% muss jeder überlegen, ob ihm das das wert ist, in Bitcoin, in Zinsen quasi ausbezahlt zu werden. Aber natürlich bei so einer Summe jetzt 1.600 Dollar. Es geht ja um ein Experiment. Da ist natürlich noch kein Reichtum zu erwarten. Hätte ich da jetzt 100.000 Dollar drauf, würde es wahrscheinlich hier nochmal anders aussehen. Bei 100.000 Dollar wären das hier halt nicht 17 Cent pro Tag, sondern irgendwie fast 17 Dollar am Tag. Und dann würde ich sagen, sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Aber das Risiko muss man natürlich dagegen immer rechnen. Dann ein Update zum neuen Experiment und zwar Copy Trading. Das habe ich jetzt erst in der Plattform hinterlegt. Das heißt, die Statistik stimmt noch nicht zum Bitcoin-Preis berechnet. Die Wertentwicklung ist aber super gut. Ich zeige es am besten hier im Chart. Und zwar diese 0%-Strategie, die hat seit sie gestartet wurde, jetzt im Jahr 136% gemacht. Hier sieht man auch im Oktober die Ergebnisse. 3,7% im Oktober bisher. 10% im September. 7% im August. Und hier sieht man unten mein Investment. Und zwar das 619 Dollar Investment ist jetzt gerade bei 741 Dollar. Ist 19% im Plus. Ich habe vorgestern, also erst Oktober sieht man hier, nicht vorgestern, letzte Woche, genau. Habe ich hier nochmal 22 Dollar rein. Da kam ein bisschen was an Einkünften bei Bitapacks im Affiliate-Marketing. Da habe ich irgendwie zwei Leute geworben. Da kamen 22 Dollar. Und die habe ich jetzt einfach ins Copy Trading reingeschoben, weil ich für mich gesagt habe, da ist die beste Anlage. Jetzt habe ich schon 2% jetzt hier in knapp einer Woche. Das ist für mich gut. Und Risiko ist natürlich, dass die irgendwas verkacken, klar. Deshalb auch da risk only the money you afford to lose. Also du solltest da nur wirklich Geld investieren, wo du sagst, das kann ich auch im Zweifel verlieren. Aber diese Null-DTE-Strategie gefällt mir sehr gut. Das ist so eine Hedge-Strategie. Und das Risiko ist da meiner Meinung nach nicht ganz so hoch. Und trotzdem sehr, sehr gute Rendite in die USDT einbezahlt. Wenn ich jetzt hier auf Close setze, habe ich hier mal eine 20% Rendite in Summe. Kann man sagen, ist es nicht so schlecht. Also wenn ich selbst gerade an meine Bank denke, wo ich 3% habe, da sind 20% schon echt heftig. Auszahlung klappt wunderbar. Bitterpacks entwickelt sich gut. Ist eine Options-Trading-Plattform, die noch nicht so viele Leute kennen. Aber bei einer, wo ich sage, da kann in Zukunft einiges passieren. Ich weiß so ein bisschen, wer die Leute sind, die das machen. Ich kann ein bisschen Hintergründe, weiß ich dazu. Sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Insofern ein spannendes Projekt, bei dem ich auf jeden Fall sagen kann, das Copy-Trading werde ich euch auf dem Laufenden halten und euch zeigen, was da Neues gibt. Genau, das war es eigentlich schon zu meinen aktuellen Krypto-Investments. Wenn ihr Fragen habt dazu oder Ideen und Meinungen oder Projekte, die ich testen soll, schreibt gerne. Ich möchte gerne mehr Projekte testen. Also viel, viel mehr, verschiedene Projekte. Aber ich scanne die Projekte vorher und gucke, ob die legit sind für mich. Und nur dann, wenn ich das Gefühl habe, das passt, kann ich es auch vorstellen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was für ein Projekt ich auf jeden Fall testen soll, wo du sagst, hey, das macht Spaß, das ist auch seriös. Im Crypto-Space ist es immer nicht so einfach, solche Projekte zu finden und zu empfehlen. Insofern schreibt mir einfach in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten freue ich mich auf die nächsten Videos mit euch. Ich wünsche euch was, einen wunderschönen Tag, euer Alex.